Musik Hey ihr zwei, ihr kommt gerade vom Breakdance, wie war's? Sehr gut, ja super. Euer Lieblingsgerät hier auf dem Sommerfest? Breakdance. Ja, definitiv. Da ist echt viel Adrenalin. Super und sonst, wie gefällt euch das Sommerfest? Ja alles super, also die Geräte sind auch alle super toll und so. Ja finde ich auch, das wurde echt super gemacht hier. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Ich sehe gerade, Sie kommen vom Heartbreaker, wie war's? Sehr lustig, sehr lustig. Ja und überraschend nass. Stimmt, der Heartbreaker spritzt die Gäste nass während der Bad, das ist richtig. Sind Sie heute schon lange hier? Ja schon gut zwei, drei Stunden. Und wie gefällt es Ihnen auf dem Sommerfest in der Gruge Halle? Es ist sehr lustig hier, also klein und fein. Ja sehr schön, ich wollte unbedingt mit ihm hier hin. Und was war Ihr Lieblingsgerät bis jetzt? Autoscooter. Autoscooter fahren. Alles klar. Herzlichen Dank und viel Erfolg noch und viel Spaß noch auf dem Sommerfest. Hi ihr zwei! Wie war das, The Riot? Äh, es war echt voll gut, also es war, es war auch sehr lustig. Ja. Ich kann dem nur zustimmen. Und, würdet ihr noch mal wiederkommen diese Woche? Ja auf jeden Fall, ich finde das auf jeden Fall hier gut, dass es so da ist. Wenn man nicht weit weg wohnt, dann kann man hier schnell kommen, ja. Alles klar, dann noch viel Spaß heute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mega geil. Letzte Woche schon in Mülheim gewesen. Da war ich drauf und, ja wie soll ich sagen, ich habe das hier gesehen, direkt gedacht, muss ich wieder hin. Aber zu kurz die Fahrt, oder? Ja schon, also könnte, könnte, ja. Aber es ist ziemlich gut, also ich muss sagen, also ich kenne das von anderen Fahrgeschäften, dass ich mir denke, war zu kurz, aber das ist sehr angenehm, also die Länge. Also den Preis wert. Ja auf jeden Fall. Und die Aussicht, die Aussicht ist einfach, boah. Und wart ihr heute schon lange hier? Ich sag mal so, wir sind glaube ich jetzt geschätzt 45 Minuten hier. Wir waren jetzt auf dem Breakdancer und jetzt halt hier auf den Formula One. Hammer bis jetzt. Einfach nur geil. Also gefällt euch das Sommerfest in der Gruge Halle? Auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Hervorragend. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Spaß. Tschüss. Tschüss. Ja, perfekt. Danke so much. So, welcome to the Sommerfest of the Gruge Halle. How do you like it here? Oh, it's really amazing. The food is great and the atmosphere and the rides is really, really great. It's very entertaining. It's summer. That's so nice. Where are you from? South Africa. Did you? Oh. And you like Germany and the festivals here? Oh, I love Germany. I love the culture and the food and everything. The people are awesome and nice. I mean, obviously we love the festivals. Yes, festivals. They have festivals all the time. It's great. Did you already ride with something here? Yes, we just did a ride right now. So, my hair. No, you look beautiful. Don't fear. Well, thank you so much and have a nice day too. Thank you. We will. Thank you so much. Bye. Bye. Cheers.